Hier ist wieder KevGefLP und willkommen zurück zu Let's Play Mario Party. Es sind stehen geblieben bei Welt 5 bis 2. Erfahren wir wahr. Hier sind die Spielregeln. Spielregeln. Hebe die Flagge, die dir der Shy Guy vorgibt. Um den Level zu beenden, musst du als letzter übrig bleiben. A Knopf weiße Flagge heben, B Knopf rote Flagge heben. Tipp, der Shy Guy wird versuchen, dich herunterzulegen, indem er zwei Flaggen gleichzeitig hebt. Sei vorsichtig. Okay. Mario ist draus. Peach ist draussen. Nein! Ah! Ah! Ah, toll, ist er der Wario gewonnen. Das ist nicht irgendein Wario, das ist der Wario. Das ist nicht irgendein Wario, das ist der Wario. Eigentlich ist das Minispiel einfach. Ah, Mario ist draußen. Oh, ich dachte, Peach macht gar nichts. Nein, nein. Warum bin ich so dumm, ey? Mann, meine Knöpfe sind vertauscht. A soll voll. Ich verliere einen Daumen, weil meine Knöpfe vertauscht sind und ich durcheinander komme. A und B ist anders so. Als angezeigt. Wenn ich rechts drücke, hebt er die linke Fahne hoch. Und wenn ich links drücke, hebt er die rechte Fahne hoch. So ist es. Ich dachte, ich bin überhaupt nicht mehr. Ich dachte, ich bin sicher. Ich bin das Oh, es geht schneller und Marius raus. Oh, es geht schneller. Na, mach schon Fehler, Marius. Na, endlich. Gewonnen. Okay, Leute. Das war's, Leute, mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal.